Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von The Last of Us, der Dänisch Bitter's. Es scheint, dass wir sie jetzt alle besiegt haben und endlich wieder rauskommen. Dann folgen wir dem alten Mann mal. Und es steht ja immer noch die Frage im Raum, lebt Joey noch? All das werden wir jetzt herausfinden. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser neuen Folge von The Last of Us. Ja, wir brauchen immer noch die Medizin, ne? Das war ja der Deal. Fleisch gegen Medis. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Oh, ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt, in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Meinem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Runter mit der Waffe. Jetzt gib mir die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Wo ist Joey? Los, weg hier. Komm schon. Komm mit. Ich hab nicht viel zu essen gefunden. Aber ich hab das hier. Okay, heb deinen Arm. Tag mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Das war's. Du hast es geschafft, Joey. Oh Mann, Ometa, ey. Das geht einem echt nah. Da kommen einem die Tränen fast. Die Kleine ist sowas von cool. Oh, Scheiße. Sie sind hier. Ich werd versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Ich bin bald wieder wegzulocken. Das ist. Ich bin bald. Es ist fast. Ich bin bald. Ich bin bald. Ich bin bald. Ich bin bald. Ich bin bald deshalb. Ich bin bald dein Misch. Das ist fast. Scheiße, was ist jetzt los? Sie ist den Abhang runtergefallen, aber ich sehe sie nicht! 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 Hm, hm. Ich will hier nicht festsitzen. Ah, wo geht's hier raus? Sie ist auf dieser Seite der Hütte! Ah, verdammt! Ich sehe sie! Nicht verlieren! Warum greift die nicht an? Nein! Da ist der Ausgang! Nein! 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 Das ist gut! 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 Ich bin immer gespannt! in kleine stücke hacken nicht unbedingt bitte sagt mir den namen komplett durchgeknallt ganz im gegenteil ich war ziemlich ehrlich zu dir aber jetzt bist du an der reihe es ist der einzige weg die anderen zu überzeugen wir überzeugen wovon dass du zu uns passt du hast herz ist loyal und besonders das ist mir wirklich schwer dich leben zu lassen was soll ich denn jetzt den anderen sagen was sage ihnen ellie war es die dir den scheiß finger gebrochen hat die kleine ist die beste ich wirst ihr sagt dass du noch kleine stücke wir sehen uns morgen alle Joel, holt sie Joel, rettet 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 sie